Kaum komm ich durch die große Glastür rein, begrüßt ein lächelndes Gesicht, das mich fragt, haben sie ne Frage, Kummer, Sorgen, eine Klage, ja, der Dienst am Menschen hat hier noch Gewicht. Vielen Dank, vielen Dank, liebe Schwesternärzte, vielen Dank, liebe Köchin, liebe Pfleger, lieber Venenzugangleger, liebes Wachschutzpersonal, ach, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Euch retten, Sanitätern, Dank, auch den Betten, Fahrdienstleitern, Laboranten, Pharmakanten, Herzkatheter, Spezialisten, vielen Dank. Weil keiner seinen Job als Job nur sieht, ist man gefühlt nicht mehr so krank, weil das Herz im Mittelpunkt steht und es primär um den Mensch geht, Darum sagen wir heute einfach, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ihr Assistenten, vielen Dank, auch Verwaltung und der Leitung, danke all den Therapeuten, Buch vor Lesern und der Wäsche, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, für all die Mühe, vielen Dank, eure Arbeit, all die Stunden, lässt Patienten hier gesunden, liebe Reinigungsfachkraft ab, vielen Dank. Vielen Dank.